Der Mosi wird demokratisch gewählt und macht ein paar Gesetze, die den Leuten nicht gefallen. Da habe ich noch gedacht, naja, das ist mir ja auch schon passiert. Aber sogar Leute, die den Mosi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht. Und ich sage noch, Jungs, willkommen in der Demokratie. Aber dann stellt sich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als unsere. Ja, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie nicht vier Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Nein, da rufen Sie einfach bei der Armee an. Also können Sie den Mann mal verhaften, das geht hier so nicht weiter. Stellen Sie sich mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen, können Sie den Mann mal verhaften, das hat ja alles keinen Zweck mehr hier. Die von der Leyen wird sofort rufen, ja gerne, wo soll ich Sie hinhängen? Und an der bleibt nichts hängen. Merkel hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, muss man ja auch mal lassen. Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt die nicht, das ist doof, das ist nicht anders, oder wie kommt der da drauf, dann sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus, da kann der andere nicht mal sauer sein. Sie können ja nicht auf einem Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben Sie richtig die Arschkappe. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach der Atomkatastrophe in Fukushima saß die Frau auf der Pressekonferenz und sagte wörtlich, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass Sie kein Kafferker sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte der Steinbrück gar nicht überlebt. Es gibt nur zwei Menschen in diesem Land, die sich in einem und demselben Satz selbst widersprechen dürfen. Das sind Merkel und Beckenbauer. Das sind Idole, die dürfen sowas. Herr Beckenbauer ist ja der weltweit erste anerkannte Hirnprothesenträger. Der Mann, für den das Sprichwort, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, erfunden worden ist. Er ist einer der größten Dummschwätze, der je vor einen Ball treten durfte. Die Zitate sind endlos. Aber hier, das Neueste zur WM in Katar, haben Sie das verfolgt? Sie kennen die WM in Katar, die Wüsten-WM. Und da sind die Berichte jetzt, dass sie da die Stadien mit Sklaven bauen lassen. Und schon 160 tote, unmenschliche Bedingungen und Sklaven bauen die Stadien da. Und da hat der Beckenbauer gesagt, das wäre alles Quatsch. Die Leute hätten keine Ahnung, wovon sie reden. Er wäre da mehrfach in Katar gewesen. Er hätte da nie einen einzigen Sklaven gesehen. Die Leute würden da alle frei rumlaufen. Ja, für den richtigen Kaiser ist ein Sklave ohne Kugel am Ball. Das ist überhaupt kein Sklave. Aber das ist so das intellektuelle Niveau, wo der Deutsche gerne so aufschaut. Der Franz. Der ist beliebt, genau wie die Merkel. Seit ewig, seit nicht acht oder neun Jahren, in jeder Umfrage finden 70% die Merkel gut. Es sei denn, die ADAC steckt dahinter. Es gab eine legendäre Umfrage, da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche würde später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das auch nicht alles. Ne, die kann das nicht alles wissen, das würde dir ein anderes Gesicht machen. Das ist doch keine Schauspielerin. Ne, die erzählen dir einfach nicht alles. Das ist genau wie mit Honecker früher. Da haben die auch immer eine Straße renoviert, haben den Honecker da durchgefahren und haben gesagt, sieht überall so aus, brauchst du nicht überall gucken gehen. Der Honecker hat doch bis zum Schluss geglaubt, die DDR wäre kurz davor, die BAD wirtschaftlich zu geholt. So machen die da mit der Merkel auch. Die erzählen dir einfach nicht die Wahrheit. Ne, und dann steht die im Bundestag vor zwei oder drei Jahren, stand die da bei der Haushaltsdebatte und sagt dann, Freude strahlt, Deutschland geht es gut. Das ist ein Grund zur Freude. Und in der ganzen Woche davor konnten wir überall lesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen dürfen. Das waren die offiziellen Zahlen vom Arbeitsministerium. Das haben die der Merkel überhaupt nicht erzählt. Sonst hätte die doch den Satz nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach acht Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ja, ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen. Damit wir es hier nicht falsch verstehen, wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige im Saal können sich entspannt zurücklegen. Die Gnade der frühen Geburt. Ist auch mal schön. Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja eine Rente. Die Leute sind früher mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Aber die Altersarmut, die auf uns zukommt, verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Alle schimpfen, dass sie bis 67% arbeiten müssen. Viel schlimmer ist, das Renteniveau wird jedes Jahr ein Stückchen weiter abgesenkt. Rot-Grün hat beschlossen, dass das Renteniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Die Rentenformel ist ja so kompliziert gehalten, dass man es selbst nicht nachrechnen kann. Das ist ja auch klar. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, 43% vom letzten Durchschnittsnetto. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 43% nehmen. Mal kurz überschlagen, ob Sie dann weiter wohnen können, dass Sie aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Armut definieren die heute so. Wenn ein Single weniger als 850 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt er als Armut. Ab 855 Euro sind sie schon Teil der Mittelschicht. Ich liebe Statistik. Irgendwo muss eine Grenze sein und knapp vorbei ist auch daneben. Hartz IV. Hartz IV ist 399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat, war auf die Hand. Und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen Sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen Sie nicht Hartz IV. Wenn Sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung. Kurz GRUSIGENDER. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus, minus 3, 4 Euro vom Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal ein normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1400 Euro mal die 43 Prozent. Da kommen Sie ja ohne Taschenrechner auf Grusi. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40 Prozent der Deutschen 2000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40 Prozent sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate dafür gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25 Prozent, sondern 40 Prozent betroffen sind. Als sie es herausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit, die haben dir das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Urlau von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn ihr Altersarmut? Die Leute haben doch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Ja, da fällt Ihnen direkt ein Glas aus der Hand. Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen. Das müssen Sie sich selbst zusammenbasteln. Es kommen die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und Sie müssen noch ein S reinfummeln. Da hätte ich gerne einen Untersuchungsausschuss zu, um zu wissen, ob die von der Leyen das gewusst hat oder nicht, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein interessantes Thema. Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester hat hinterher Grundsicherung, wenn nicht, Riester hat auch Grundsicherung. Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat auch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden Sie ja gelockt. Ich muss es machen, Riester-Rente kriegt ein paar Euro Zuschüsse. Ja, muss er mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihrem Steuergeld entstanden? Ach so genau wollen Sie das auch nicht wissen. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, der ihm alles abnimmt, und einen guten Staat, der ihm was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts füreinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter, in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat das schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister. Ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat, auf Nase bohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmarken. Zehntausend Euro die Stunde. Steine bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben? Von ihren Riester-Renten-Beiträgen. Sie glauben immer noch, sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga-Bunga in Budapest. Riester-Rente ist Vollverarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkter zugeschickt, diese Informationen. Auch da gibt es anständige Menschen, die sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinter 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwen-Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Hestas mit Nachnamen heißen. Das ist eine Riesen-Volksverarschung von Rot-Grün-Organisierten und von denen, die bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgelegt, Altersversorgung betreiben. Und selbst wenn der Mindestwollend jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß ich schon gar nicht, wie soll man das bezahlen? Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist eine Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle, ne? Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedehnte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor. Diese Volksverarschung, dass die Zeitungen dafür Werbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeige in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die, die von der ganzen Sache profitieren. Die Zeitungen, die sind doch Teil des Verarschungssystems, das ist doch nicht Teil der Aufklärung. Sogar die öffentlich-rechtlichen Nachrichten verarschen uns inzwischen von morgens bis abends. Allein diese große Lüge jeden Monat, die Zahl der Arbeitslosen. Drei Millionen Arbeitslosen, das haben sie uns so lange eingehärmert, das glauben doch alle. Drei Millionen Arbeitslosen, ja wie super, wir kommen super durch die Krise in Europa. Und da kommt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, den Namen können Sie auch mal merken. Einer der Stars der Grünen in Baden-Württemberg, Herr Boris Palmer. Und er sagt im Interview, wenn wir die Hartz-IV-Gesetze wieder zurücknehmen, dann haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslosen wie damals. Die haben wir im Augenblick auch, du Öko-Brüderle. Was ist denn mit den Grünen passiert? Wenn ich den Ötsch, den mir reden höre, dann mache ich die Augen zu und höre den Rösler. Die Grünen erzählen mir jetzt wirtschaftspolitisch denselben Schwachsinn, den die FDP mir 20 Jahre lang um die Ohren gehauen hat. Und ich habe begriffen, was die alten Leute meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in grün. Drei Millionen Arbeitslose, ja das ist die offizielle Zahl aus der Statistik. Da gibt es aber noch eine Million Menschen, die arbeitslos ist. Also die ist nicht arbeitslos, die hat keine Stelle. Das ist eben der Unterschied. Die sind in Umschulung und Vorbildungen. Eine Million Deutsch ist permanent in Umschulung und Vorbildungen. Früher waren die in der Arbeitslosenstatistik mit drin. Jetzt sind die outgesourced. Wir haben drei Millionen Arbeitslose und eine Million ohne Arbeit. Wenn sie über 58 sind und keine Stelle haben, sind sie auch nicht in der Arbeitslosenstatistik. Dann sind sie für das Abend noch nicht tot, sie sind noch nicht in Rente, sie sind im Schattenreich. Die Menschen, die arbeitslos gemeldet und erfasst sind und krankgeschrieben sind, werden in der Woche, in der sie krankgeschrieben sind, auch noch aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet. Meine Damen und Herren, wir haben kein Geld, um Lehrer und Krankenschwester zu bezahlen. Wir bezahlen aber Menschen dafür, dass sie jede Woche noch die Kranken aus der Arbeitslosenstatistik rausrechnen. So, Herr Palmer, dann kommen wir jetzt noch zu den Aufstockern. Wollen Sie mir erzählen, dass jemand, der vier Stunden Arbeit die Woche alle Arbeit hat? Das sind da Arbeitslose, die unetikettiert sind. Da geht es doch nur um die Kosmetik. 1,4 Millionen Aufstocker sind eigentlich auch arbeitslos. Da haben wir wieder die 5,5 Millionen Arbeitslose. Und da kommen noch die Leiharbeiter, die dank Rot-Grün dauerhaft Leiharbeiter sind. Eine Million Menschen arbeitet zum Teil für die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie festangestellt wären. Und dann kommen die ganzen tollen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wo sie mal Werbung machen. Wir haben so viele neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt 6 Millionen Deutsche, die haben eine volle Stellung, kommen nicht mal auf 10.000 Euro brutto im Jahr. Das sind die, die im Augenblick für 5, 6 Euro die Stunde arbeiten. 833 Euro brutto im Monat für eine volle Stelle. Da zahlen sie keine Steuern von, dafür ist zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen sie abdrücken. Das ist das Tolle, dass das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind. Sie geben noch 20% ab von ihren 833 Euro für Arbeitslos- und Krankenrenten- und Pflegeversicherung. Ziehen Sie mal 20% von 833 ab. Wir reden von 13 Millionen Menschen, denen wir keine Stelle anbieten können, wo mehr als Hartz IV mehr rumkommt. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir diesem Land keine Arbeit mehr anbieten, von dem wir eine Perspektive entwickeln können, geschweige denn, sie eine Familie aufbauen können. Ich leite die erfolgreichste Bundesregierung-Seite und keiner holt Mutti da raus und sagt, aufwachen, aufwachen. Was? Die hat doch kein politisches Projekt, für das sie steht. Nennen Sie mal ein einziges innerliches Thema, wo die merken, man hat gesagt, hier stehe ich und dafür kämpfe ich. Das gibt es nicht. Das nennt man pragmatisch heutzutage. Ja, flexibel. Die könnte jede Varieté als Kontursionistin auftreten. Das sind diese Leute, die können sich so verbiegen, die können sich selbst am Arsch lecken. Das geht nicht ab. Die war im Gesundheitswesen erst für die Kopfpauschale. Können Sie sich noch erinnern? Auf dem Leipziger Partei hat die Kopfpauschale alles durchgerechnet, das einzig sinnvolle System. Das Wort Kopfpauschale war bei der Bevölkerung nicht zu vermitteln. Da hat die Merkel nicht gesagt, jetzt hören Sie doch mal zu. Das ist so und so, da haben wir uns was bei gedacht. Da sagt die Merkel nicht, dann lassen wir das sein, dann machen wir was anderes. Das ist okay. Mir nach, ich folge euch. Das ist überhaupt nicht. Hauptschule. Hauptschule ist unverzichtbar, hat sie uns ewig erzählt. Dann hat sie die Hauptschule auf dem vorletzten CDU-Parteiter auch abschaffen lassen. Wehrpflicht. Ohne Wehrpflicht gibt es keine Wehrgerechtigkeit. Die Wehrpflicht durfte der Guttenberg da mal kurz abschaffen. Mindestlohn. Können Sie sich an die Sprüche noch erinnern? Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze? Wie viele Jahre? 15 Jahre? 20 Jahre? Hat in jeder Talkshow ein CDU-Mutant gesessen und gesagt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze. Und jetzt machen sie Mindestlohn. Und da ist doch eh alles scheißegal. Geht doch nur darum, gewählt zu werden. Innerhalb dieses Wirtschaftssystems, solange er keine größeren Schäden für die Reichen anrichtet, ist... Da ist die Ideologie frei. Das beste Beispiel für ihre Wackelhaftigkeit ist doch hier auch die Europapolitik. Die eiserne Lady. Dann gucken Sie, ob wir verstanden haben, was die gemacht hat. Als die Krise ausbrach in Griechenland, hat sie gesagt, die kriegen gar kein Geld. Können Sie sich daran erinnern? Wir dürfen überhaupt nicht zahlen, hat sie gesagt. Da steht in den Mastrichter Verträgen. Wir dürfen überhaupt nicht helfen. Die kriegen keinen Pfennig. Die müssen alleine klarkommen. Jeder für sich. Als es dann zu spät war, da hat sie die Nummer mit dem 10-Milliarden-Kredit abgezogen. Dann haben die europäischen Länder langsam begriffen, die Dimension der Krise ist so groß, es geht nur alles gemeinsam. Wir brauchen diesen Rettungsschirm. Da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Können Sie sich erinnern? Rettungsschirm kommt überhaupt nicht in Frage. Nur über meine Leiche. Als einige meinten, das lässt sich organisieren. Ja, dann machen wir einen Rettungsschirm, wenn ich bestimmen kann, welche Farbe er hat. Aber dann ist auch Schluss. Dann ist er doppelt so groß, wenn wir schon dabei sind. Das ist dir doch egal. Das beste Beispiel ist die Atomenergie. Ein halbes Jahr vor der Atomkatastrophe in Fukushima hat Angela Merkel die Laufzeiten der Altatombeine in Deutschland extra nochmal verlängert. Sie hat nach monatelangen Diskussionen gesagt, wir haben alles geprüft. Wörtlich hat sie gesagt, wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt. Da kann überhaupt nichts passieren. Die können wir länger laufen lassen. Ein halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan. Da sagt sie diesen legendären Satz, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kalkapwerke sicher sind. Sie sind sicher. Sie hätte auch sagen können, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Man kann es sagen. Sie hat auch gleich... Dann hat sie ein Moratorium gemacht, können Sie sich erinnern? Ein Moratorium, ihr zweitgrößter Trick. Moratorium ist nix auf Latein. Aber da ist der Stachatrabbesitzer schwer beeindruckt. Ein Moratorium mit Duktus. Dann hat Merkel den Stresstest für die Kalkapwerke abgewacht und das waren die Wahlen in Baden-Württemberg. Ein paar Wochen nach Fukushima war die Wahlen in Baden-Württemberg. Hätten die Baden-Württemberger die CDU im Amt gelassen, wären die Kalkapwerke am Tag danach wieder für sich erklärt worden. Wette ich mit Ihnen. Die Untersuchungen lagen bestimmt in der Schublade. So hat die Merkel gemerkt, na mit dem Thema kann man im Augenblick keine Wahlen gewinnen. Also macht sie wieder ihren berühmten Schwenk und hat die Atomeiler sofort alle stillgelegt. Die Altmeiler. Komplett. Von heute auf morgen. Ohne gesetzliche Grundlage. Das kennt ihr doch aus dem Politbüro. Da klagen die Betreiber jetzt erfolgreich gegen. Das wird uns doch Milliarden kosten, dass die einfach so stillgelegt worden sind. Und dann hat die Merkel gesagt, wir machen eine Energiewende und hat zur Begründung nur einen einzelnen Satz gesagt, ich habe über die Kernenergie nochmal völlig neu nachgedacht. Ein halbes Jahr, nachdem sie intensiv alles geprüft hatte und nachgedacht hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Die Frau hat Physik studiert, das ist Ihnen schon bekannt, ja? Die haben da auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Jetzt mal unabhängig davon, ob sie Kernenergie gut oder schlecht finden. Wie stellt sich der CDU wieder das eigentlich vor, wenn Dr. Angela Merkel nochmal völlig neu über Kernenergie nachdenkt? Holt die dann die alten Physikbücher aus dem Schrank? Und guckt nochmal, Flugzeuge, Kraftwerke, Schwerkraft, Scheiße. Diese Frau hält doch die Kernkraftwerke nicht für unsicherer als ein halbes Jahr vor Fukushima. Die hat Angst vor der Kernschmerz in der Wahlurne. Das ist alles, was die interessiert. Die hat keine persönliche Überzeugung. Und wenn in zwei Jahren die Deutschen rummeckern, dass die Strompreise so hoch sind, dann wird sie sagen, ja, ich hätte dann noch ein paar Altmeiler, ich könnte nochmal neun nachdenken. Die regiert uns mit Floskeln und redet uns nach dem Mund. Und innerlich legt es sich, es geht überhaupt nicht fest. Da kommen so Sätze wie, wir müssen dieser Frage eine gemeinsame Lösung finden. Wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Sehr schön, auch wenn ihr eine neue Ansprache habt. Das wird ein schwieriger Weg, wir stehen vor großen Herausforderungen. Das wird eine Herkulesaufgabe. Der letzte Wahlkampfverstand aus Plakaten, da stand drauf, Wachstum braucht Weitblick. Alles Variationen vom Pfff. Sehr schön, auch das Plakat. Solide Finanzen sind wichtig, gute Schuhe auch. Machen Sie den Test. Beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach den Ton ab und er konzentriert sich nur auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor Ihren Augen und wirft sie dem Hund von L'Oreal aus dem einen Sketch. Es wird sich nichts mehr ändern, meine Damen und Herren. CDU, CSU, SPD, FDP, Grünen und auch die AfD, das ist eine Einheitspartei. Und wir mixen diese fünf Parteien zumindest, die AfD bis jetzt ja noch nicht, die mixen wir immer wieder neu in der Regierung. Seit 40 Jahren. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Staatsverschuldung, über Arbeitslosigkeit, über Steuergerechtigkeit, über Bildungsproblematik. Das sind so zentrale Themen in einer Gesellschaft. ADAC hat mich jetzt nie so wirklich interessiert. Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. Sollen wir mit der Rente anfangen? Ne, lieber nicht, da fangen wir an zu weit. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne, da ist auch, ne, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne. Gesundheitswesen, Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es fürs Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grün? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grün? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen? Und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen sechs Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Das kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wörtersystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug in Rasen auf einen Abgrundzug. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir nicht, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie aber jetzt nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland. Da müssen Sie aber in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben Sie in speziellen Viertelverschanz mit Zugangskurs und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen zwei Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem dritten Achtstundenjob brauchen Sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen Sie richtig Geld. Das unterte Drittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1.000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mehr verdienen, obwohl so viele eingesperrt sind, ist die haupttodendste Sache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Dach. 80 Tote am Dach, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegen den Seite über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und Herrsche. Dividende et Impera. 95% der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so im Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur, und die sagt dem Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha. Wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle vier Jahre, das ist lustig. Und da machen die Medien sich aber auch müde, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle vier Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Wenn wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld, mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche nebeneinander geben? Dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld? Das sind alles Diskussionen, aber die können sich nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal den Zug anhalten gegen den Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Und das will der Deutsche nicht. Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee mit der Hose schwappen, da kann alles passieren. Dein lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen die 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der Oma an der Kante hängen bleibt. Und da kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem? Das ist doch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten, das kann man doch finden im Internet. Sie müssen es aber selbst nach suchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus? Was ist damit? Ist noch nie probiert worden? Steht sogar am Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, als die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach... Diese Kramgebeugten vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel mit Zellstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont, in den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Vereine waren mal zu einem Tag. Menschen ohne Krankenversicherung. Menschen ohne Zähne. Das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen neinander. Obdachlose ohne Zähne war USA. DDR war ohne Bananen. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir wollen ja mal fair bleiben. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie? Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre? Inklusive der Bildungschancen für ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck? Geht es den Renten in Griechenland heute besser oder schlechter als den Renten in der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist er inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wer will mit Angst regieren, meine Damen und Herren? Mit Angst. Wie bringt man Menschen dazu, um diese schwachsinnige Riesenerente einzuzahlen? Indem man den Angst vor der Rentenlücke macht. Das ist doch systematisch getrieben worden. Die Rentenlücke ist eine Chimäre. Weil das Umlagefinanzierte Rentensystem ist das einzig Sinnvolle. Das ist für die Mehrheit der Bevölkerung auch vernünftige Systeme. Und das kann nicht kaputt gehen, wenn man es nicht absichtlich kaputt macht. Die kapitalgedeckte Altersversorgung, die kann kaputt gehen. Komplett. Alles, was Sie sparen, kann seinen Wert komplett verlieren. Was in 30 Jahren ist, weiß kein Mensch. Auch die Eichhörnschen finden nur 30% der Nüsse wieder, die Sie versteckt haben. Und die werden nicht mal vor Vermögensberater behindert. Aber die Umlage ist eben nicht, dass man ein System einzahlt und das dann von Zins wiederkriegt. Man muss es überhaupt erstmal begreifen. Umlage heißt das, was in diesem Jahr erwirtschaftet wird von uns allen. Das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir verteilen das, was wir erwirtschaften. Auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch zu jung sind und auf die, die schon zu alt sind. Denn es sind alle von allen abhängig. Der Chefarzt kann nur operieren, wenn die Putzfrau vorher den OP sauber gemacht hat. So, in diesem System. Wenn alle Glück haben, werden sie 80. Dann profitieren sie die ersten 20 Jahre von Ausbildung. 40 Jahre, wenn sie stark sind, tragen sie das ganze System. Und die letzten 20 Jahre profitieren sie wieder von Rente. Wenn wir alle 90 werden, hängen wir überall noch was dran. Und wer wie viele Jahre, darüber kann man ja durchaus diskutieren. Und der eine ist stark und kräftig und hat Spaß, 45 Jahre lang zu arbeiten. Weil es ihm Spaß macht und er kann tragen. Und der andere ist nach 35 Jahren kaputt, weil er vielleicht nicht so gesund ist. Warum soll er weniger Rente kriegen als der andere? Haben sie Kinder? Verteilen sie die Essensportion mittags nach den Schulnoten, die wir nach Hause bringen? Was sind das für Sozialvorstellungen, die wir hier haben? Wenn wir eine Schicksals- und Solidargemeinschaft sind, ist die Umlage das einzig Sinnvolle. Und wenn noch mal einer kommt und sagt, ja, es kommen doch heute auf einen Arbeiter, sieben Rentner, das kann doch nicht funktionieren. Dann sagen sie einfach, ja, der eine Arbeiter, sieben mal so produktiv wie vor 30 Jahren. Nur, dass das, was der Meer erwirtschaftet, nicht mehr als Lohn ausgezahlt wird und unverteilt wird, sondern in Form von Zinsen und Dividenden an die Reichen rüber geht. Meine Damen und Herren, 40 Prozent, was wir hier erwirtschaften, fließt komplett in Form von Zinsen, Dividenden und Mieten in die Taschen der Besitzer. Der Anteil, den die Arbeit der Bevölkerung darüber hat, der wird jedes Jahr immer kleiner. Das ist doch das Verrückte an diesem System. Wenn alle mitmachen würden, wäre das alles überhaupt kein Problem, denn von diesen 40 Prozent müssen sie ja nichts in die Umlage einzahlen. Und die Ärzte haben eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer auch. Alle, die ein bisschen besser verdienen, haben sich sowieso aus der Solidargemeinschaft ausgeklickt. 27 Prozent zahlen überhaupt noch in die Sozialsysteme ein. Das sind die mit den 833 Euro im Monat zum Beispiel. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn davon hinterher 80 Prozent eine Rente kriegen soll. Wenn aber alle von allem einzahlen, ist das System perfekt. Weil das kann nicht kaputt gehen. Es kann mal gute Jahre geben, haben alle was mehr. Es kann mal schlechte Jahre geben, haben alle was weniger. Aber alle haben immer etwas. Und natürlich muss man auch den Rentnern beibringen, dass es auch mal schlechte Jahre geben kann. Es gibt auch für 70-Jährige keinen Anspruch auf ewiges Wachstum. Aber ich kann das alles hundertmal erklären. Sie gehen nach Hause, lesen einen Zeitungsartikel, die Rentenlücke, die Rentenlücke. Und dann hat der Deutsche Angst vor dem Schalter der Regierung. Da machen sie das auch Angst vor. Parteien, die neu kommen, die diskutieren. Och, die ganze kleine Partei. Weil, mehr habe ich gar keine Regierung. Das ist doch schlimmer als eine Scheißregierung. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig fühlen, das bleibt immer im Amt. Dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Das ist auch so nicht. Oh, der demografische Faktor. Eines Tages sind nur noch 40 Millionen Menschen. Wie das geht es? Aber es ist überhaupt keiner. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Es gibt in Europa jedes Jahr die Umfrage, wo die Menschen halbwegs glücklich und zufrieden sind und sich von ihrem Staat fair behandelt fühlen. Und drei Länder stehen immer an der Spitze der Zufriedenheit. Dänemark, Schweden und Norwegen. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungszahl und den höchsten persönlichen Steuersätzen. Der größten Umverteilung. Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben. Das macht glücklich und zufrieden. Toll, toll, toll. Aber der Deutsche hat Angst vor dem Aussterben. Und die Afrikaner haben ja schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Und dann weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Vor dem Aussterben, vor der Rentenlücke, vor dem Schalter der Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was ist passiert? Und könnte das gar nicht in Ordnung sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich. Und alles andere ist primär. Mit diesem Motto macht Rolf Miller weiter. Jetzt hier in Dreisart. Applaus Applaus Vielen Dank.